Was hatte der Schutzbund für Ziele? Schutz der Arbeiterinteressen und Schutz der republikanischen Verfassung. Schau mal, Männer in Uniform, mit Karabinen unternommen. Du bist nicht Ihr Schwester, lieber Verrecke ich! Es ist Ihnen gewiss ebenso bekannt, Herr Vorsitzender, dass die Regierung seit März 1933 ein Dutzendmal die Verfassung gebrochen hat. Wir schreiten zu Urteilsverkündung. Georg Weißl, 35 Jahre alt, ehemaliger Kommandant der Floritzlaufer Feuerwache, wird auf Beschluss des Standsgerichts Wien 2 gemäß § 74 der St.P.R.U. wegen Aufruhrs zum Tode durch den Strang verurteilt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017